Entschuldigung, hat das Hotel einen Fitnessraum oder einen Pool, den ich benutzen kann? Ja, wir haben beides. Was kostet es, den Pool zu nutzen? Sowohl Pool als auch Fitnessraum sind für Hotelgäste kostenlos. Oh, fantastisch. Dann gehe ich in den Pool. Auf welcher Etage ist der? Er ist auf der zweiten Etage. Bringen Sie bitte die Badeschlappen und Handtücher aus Ihrem Zimmer mit. Kein Problem. Vielen Dank. John geht in sein Zimmer, zieht sich um und macht sich auf den Weg zum Pool. Hallo, ich würde gerne den Pool benutzen. Der Pool ist noch eine Stunde lang geöffnet, also haben Sie genug Zeit. Genießen Sie es. Sie haben den Pool ganz für sich. Klasse, das ist genau das, was ich nach diesem geschäftigen Tag brauche. Entschuldigung, hat das Hotel einen Fitnessraum oder einen Pool, den ich benutzen kann? Ja, wir haben beides. Was kostet es, den Pool zu nutzen? Sowohl Pool als auch Fitnessraum sind für Hotelgäste kostenlos. Oh, fantastisch. Dann gehe ich in den Pool. Auf welcher Etage ist der? Er ist auf der zweiten Etage. Bringen Sie bitte die Badeschlappen und Handtücher aus Ihrem Zimmer mit. Kein Problem. Vielen Dank. John geht in sein Zimmer, zieht sich um und macht sich auf den Weg zum Pool. Hallo, ich würde gerne den Pool benutzen. Der Pool ist noch eine Stunde lang geöffnet, also haben Sie genug Zeit. Genießen Sie es. Sie haben den Pool ganz für sich. Klasse, das ist genau das, was ich nach diesem geschäftigen Tag brauche. MACHE 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 Untertitelung des ZDF, 2020